Hallo, ich wurde zu einer Challenge nominiert, die hieß irgendwie so My Self-Made Music Piece. Ich habe keine Ahnung, ich habe es vergessen, aber ich möchte natürlich meinen Beitrag dazu leisten und greife jetzt in diesem Stück, in dieser Improvisation, vielleicht so ein paar Klischees über durchgeknallte Kirchenmusiker auf. Wir werden es sehen. Viel Spaß damit! Wir werden es sehen. 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 Vielen Dank.